Hallo, hörst du mich? Ich bin am streamen. Ja? Wo bist du? Ich bin nicht zu Hause. Du bist nicht zu Hause? Nee, wieso? Was ist los? Ja, ich brauche Hilfe. RM, wen soll ich da holen? Der beste RM. Stream und hol Mbappé Totti. Bruder, was für Mbappé Totti? Ich bin Finanzkrise. Bruder, kauf dir, du bist reich, Bruder, reich. Von welchen München? Ich hab kein Geld für Totti, Mbappé. Bruder. Was? Dortmund. Ding, Twitch. Bruder, willst du mich verarschen? Wie soll ich mir denn Mbappé Totti holen? Ich brauche einen RM. Sag mir, was ist mit Jazinho Prime? Ist der gut? Ähm, hol Ding. Neymar. Neymar? Der passt nicht, RM. Geht der RM? Geht nicht. Bruder, warte, wen geht's rechts? Jazinho. Ja, hab ich doch gerade gesagt, Jazinho. Ja, ja, ist gut, ist gut. Aber der Prime? Ähm, ich fühl, äh, nee, nee, mach mit, mach mit. Warum denn mit? Ich hab den mit Anfang FIFA gezaukt, der war egal. Aber der Prime kam noch raus, meinst du nicht, der ist noch besser? Der kostet eine Million mehr. Ja, okay, teste. Ja? Mach, Jazinho ist gut. Jazinho oder Garincha? Jazinho. Okay. Gut, wo bist du denn feiern gerade? Erzähl mal. Okay. Ja, gut. Ja, okay. Guck mal, hat sich alles geändert. Du hast ja Eldin zu Hause, ich bin feiern, jetzt umgekehrte Welt. Wahnsinn. Freude hat Geburtstag, Alter. Ja, Freude hat Geburtstag. Wer sind denn die Frauen im Hintergrund? Ich höre doch ganz genau, was da abgeht, Eldos. Erzähl mir keinen. Freude hat Geburtstag. Ja, ja, gute Nacht. Ja, ade, ciao.